Ich bin's Gamer Musi, ich habe vorgenommen Vashon zu zocken und fangen wir an. Und wenn ihr mehr Vashon von mir wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich auch mehr Vashon Teile für euch. Halt, let's play's. Gleich beginn die Runde, Freunde. In 3, 2, 1, 0. Schauen wir mal, wie lange ich überlebe, Freunde. Und los geht's, Freunde. Erstmal warm machen. Und los geht's. 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 Guck mal, ich boxe dich mit meiner Waffe. Nein, oder? Ach komm. Jetzt beginnt die richtige Runde, Freunde. Das war nur Aufwärmung gerade. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Ja, eine Waffe gefunden, Freunde. Gut. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Habe einen mitgenommen, Freunde. Schnell. 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 Komm. Ich muss jetzt aufpassen. Die Karte sagt hinter mir ist jemand. Aber. Wo? Da ist er im Auto. Da kommt nicht mich zu Rahmen, oder? Ja, wo denn? Ich hab gedacht, dass... Na ja. Gefängnis. Hoffentlich komme ich da raus, Freunde. Von dem Gefängnis. Hoffentlich komme ich da raus. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Mach dich bereit. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du. Ist dein Kampf vorbei. Es ist Zeit, Soldat. Mach dich fertig. Ich hab ihn mitgenommen. Gut. Ich bin wieder Kyrug-Freunde. Ich muss unbedingt eine Waffe finden, ne? Schnell. Hey, der stirbt nicht. Ich hab ganze Zeit geschossen auf ihn. Ich hab ganze Zeit geschossen auf ihn. Jetzt aber. Endlich. Ich muss mich ein wenig jetzt beeilen. Ich mach mal die Türe zu, weil... Das ist bestimmt besser, Freunde. Nehmen wir mit. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll, Freunde. Warten. Warten ist bestimmt die beste Lösung. Ich geh mal weiter, Freunde. Hier. Aber wohin soll ich weiter gehen? Gehen wir mal in diesem Haus rein. Nein. Boah. Jemand hielt auf mich. Aber wie? Boah. Nein, oder? Da kämmt er. Da kämmt er und hat mich erwischt. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Da hat er gecampt, Freunde. Wirklich. Dieser Camper, ey. Wirklich, Freunde. Wirklich. 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 Hätte ich lieber doch im Haus geblieben. Aber naja. Ich wechsle mal den Charakter. Ich nehme mal den. Wirklich. 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 Irgendwie nicht. Hoffentlich. Nicht. Läufts in der neue Runde, Freunde. Weil der. Hat gecampt. das mache ich nächstes mal auch campen aber ich mag nicht so viel campen es bringt eigentlich irgendwie nicht so viel es bringt schon was zu campen freunde aber aber naja zwei leute auf mich oder war ok jetzt jetzt komme ich freunde jetzt gebe ich mein bestes und los geht freunde schauen wir mal was in dieser runde läuft gibt es hier keine waffe oder was munition doch meine waffe gefunden gehen wir mal in diesem haus rein freunde da war ich doch vorhin drin ok gut munition nehme ich auf jeden fall mit nehme ich auch mit wenn ich mal rocket habe bis jetzt habe ich noch gar keine gefunden freunde gar keine gegner ne ich nehme das mit ja ne ich nehme keine mit nicht mehr ok ich muss ihn klonen freunde gleich ich nehme lieber molotov ich gehe mal lieber in die zone ich bewege mich mal ich bewege mich mal ja da ist ein auto aber dann würde ich auffällig wenn ich mit auto gehe ich bin gleich in der zone freunde da war schon jemand sieht man ich bin gleich in der zone freunde und ich höre schon schlüsse freunde ich weiß nicht wo die herkommen aber ich höre schon welche ich muss aufpassen munition nehme ich auf jeden fall mit ich höre welche freunde es kommt von dieser richtung glaube ich ich muss leise gehen sonst wo ich muss leise gehen sonst wo das ist besser das hat drei drei punkte drei sterne halt was man da dazu jetzt sagt schauen wir mal da oben ob jemand ist auch niemand muss aber trotzdem aufpassen freunde irgendwo können die kommen und dann ja ich habe ihn noch ganze zeit angeschossen freunde oder nicht ganze zeit habe ich ihn angekossen ganze zeit so glück kann man jetzt auch nicht haben gefängnis hoffentlich komme ich da raus und gehe und bring ihn dann um freunde weil ich habe gezielt genau gezielt auf den kopf wie glück kann man haben freunde wirklich hoffentlich gewinne ich diesen kampf freunde das ist zeit soldat was sie fertig nein da hat er mich ach kacke wirklich kacke oh man eine runde zog ich noch freunde schauen wir mal die letzte runde wie das wird aber ich habe genau gezielt genau gezielt auf seinen kopf aber wie glück kann man haben wirklich wie so ein glück kann man haben eine runde zog ich noch freunde hoffentlich wird diese runde besser freunde hoffentlich drückt mir die daumen freunde dass diese runde gut aus gut kommt wieder aufwärmen freunde ja 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 nein oder also freunde drückt mir die daumen dass diese runde perfekt ausgeht dass ich mal ein paar punkte machen kann battle royale und los geht's nicht mehr nicht mehr nicht mehr Okay. Ey, es gibt's doch echt nicht, ey. Es gibt's doch echt nicht, Freunde. Wieder Gefängnis. Ey. Aber ich verspreche euch, Freunde, ich verspreche euch, dass ich bewahrt und ein wenig besser würde, weil das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht anschauen, ey. Was ist mit mir? Also, Freunde, drückt mir die Daumen, dass ich dich in Kampf gehen, ey. Ja, Mann. Endlich. Jetzt bin ich wieder zurück, Freunde. Ich muss jetzt unbedingt eine Waffe finden. Ja, eine kleine Waffe habe ich doch. Ist da was? Ja, dann nehme ich die. Ey, Freunde, ich bin gleich am Arsch, weil ich habe keine Waffe gefunden, wenn jetzt jemand kommt, kann mich easy umbringen. Das Gas nähert sich hier. Das Visionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Yo. Mit dieser Waffe soll ich jetzt einen ausschalten. Okay. Ah, da habe ich eine Waffe gefunden. Aber keine Muni. So wenig Munition. Hoffentlich hat diese Waffe Munition. Hm, auch nicht so viel. Ne, Cian. Schauen wir mal da oben, ob da was ist. Aber ein Gegner. Da wollte ich ihn mitnehmen, aber er ist dann abgehauen mit sein, mit seinem Fahrzeug. Hat diese Waffe Munition? Ja. Ja, Mann. Eigentlich, Freunde, diese Waffe hat Munition. Schnell, ich kann nichts nehmen. Wenig Geld. Zu wenig Geld, Freunde. Ich habe immer noch gar keinen gefunden, Freunde. Immer noch. Aber immer noch gar keinen gefunden. Gar kein Gegner. Schauen wir mal da rein. Ob die was bringt. Ob die was bringt. Naja. Ich nehme lieber meine kleine Waffe wieder. Ich nehme die Waffe. Das hat keine Muni. Die wird mir nichts bringen, Freunde. Was bringt die? Okay. Alter. Ich muss aufpassen, Freunde. Da wollte einer mich holen. Boah, Freunde. Ich muss aufpassen. Ja, Mann. Ich habe ihn mitgenommen. Du wolltest mich holen, ey. Kannst du dir knicken, ey. Kannst du dir wirklich knicken, ey. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Wirklich kann das nicht knicken, ne? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ich bewege mich da hin. Ich muss aber aufpassen, Freunde. Da können Gegner sein. Ja. Okay. Ja. вер. Ja. 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 Die Kuhne wird immer kleiner, Freunde. Immer kleiner. Die wird immer kleiner. Ich muss mir Rüstung geben. Hitzweste. Bleib lieber da drin. Hitzweste. 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 Da war jemand, Freunde. Hitzweste. 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 ne ich nehme meine kleine waffe hab geld noch gefunden freunde die zone wird immer kleiner freunde immer kleiner muss aufpassen habe gute munition kann ich mir was holen ja ich hole mir mal das hier ich weiß nicht was es bringt aber ich hole es mir mal ja man ein sniper muss ich auf jeden fall mitnehmen ich gehe mal nach oben wenn einer kommen sollte hä wo bist du ja wo soll ich denn das machen ich hebe es mir auf da ist einer aber ich kriege ihn irgendwie nicht was ist mit mir mache ich halt das hier da ist der ist abgehauen freunde kein erfolg der ist abgehauen ah das der hat mich gesehen nein nein freunde da hat er mich gehabt also freunde ich beende das video hat sehr spaß gemacht war es auch zu zocken wenn ihr mehr wollt schreibt es in die kommentare und vergesst nicht zu abonnieren bis bald so es gibt ein